Moin und herzlich willkommen zu Jörn Schaas Feinem Podcast Episode 164. Ich bin Jörn Schaar und ihr seid es nicht. Ganz zu Anfang erzähle ich mal von einer Panne, die mir passiert ist. Also manchmal gibt es ja die dämlichsten Zufälle. Und zwar bin ich Themenpate geworden beim Anerzählt Podcast. Das ist ein Podcast, da geht es um Zahlen. Dirk Brems produziert den, ist glaube ich ziemlich bekannt in der Szene. Tägliche Folgen gibt es da und die sind immer so vier, fünf Minuten lang. Und jede Folge, jede Folgennummer ist auch gleichzeitig das Thema für die aktuelle Folge. Das kann dann sein, was ist irgendwie eine besonders tolle Primzahl oder es gibt irgendwie eine Jahreszahl, die damit zusammenhängt oder dies oder das und so. Und Dirk wollte eigentlich erst irgendwie so, hatte glaube ich eine relativ kleine Zahl von Folgen angepeilt und hat sich dann überlegt, Mensch, das ist eigentlich ganz geil, machen wir jetzt, mache ich jetzt länger und hat vor allem dann irgendwann Themenvorschläge bekommen. Und weil er ein cleverer Hund ist, hat er gleich irgendwie ein Google-Dokument angelegt, so eine Google-Tabelle, wo man sich eintragen kann mit seinem Vorschlag. Und das habe ich auch gemacht und habe den alten Elbtunnel vorgeschlagen, der 426 Meter lang ist. Leider ist mir da ein kleines Missgeschick passiert. Ich habe nämlich 462 geschrieben. Und es ist manchmal wie verhext, ich habe natürlich da nicht mehr gekauft, war mir völlig klar, das sind 462 Meter. Und habe das da reingeschrieben und es war alles super und dann kam die Episode irgendwann, ich hatte das überhaupt gar nicht mehr im Kopf und ich habe dann nur gesehen, so alter Elbtunnel, 462 Meter und gesagt, ja okay, hast du dir vielleicht falsch gemerkt. Und dann fängt die Episode so an. Mann, Mann, Mann. Jetzt habe ich eine ganze Episode über den alten Elbtunnel aufgenommen. Empfohlen hat es Dr. Superjörn auf Twitter unter dem Namen Schasen bekannt. Der nämlich aufschrieb, dass 462 Meter die Länge des Hamburger Elbtunnels in Metern wäre. Bombenthemenanker, witziger Tunnel, interessantes Thema, ratzfatz aufgenommen. Ja, und dann, dann stellt sich raus, sind gar nicht 462 Meter, sind 426 Meter. Und wann habe ich das gemerkt? Ist logisch. Ich habe es gemerkt, als ich fertig war mit der Aufnahme. Und deswegen, und ich finde, der alte Elbtunnel hätte es eigentlich verdient, 462 Meter statt 426 Meter lang zu sein. Und genau deswegen packe ich das jetzt so in den Stream, weil ich es kann. So, Edge. Und lieben Dank an Dr. Superjörn fürs Themenpaten sein. So, jetzt aber rein in die Episode. Wie unangenehm. Ich meine, es ist ja cool, dass er dann gesagt hat, ja komm, ich mache es trotzdem, weil ich es kann. Aber das ist natürlich fast ein bisschen peinlich, wegen so einem doofen Tippfehler. Ja, gut, es ist jetzt halt passiert, es ist wie es ist. Wenn ihr den Anerzähler noch nicht kennt, dann hört auf jeden Fall rein, denn das ist alles sehr, sehr hörenswert, was der macht. Und es ist vor allen Dingen eine schöne, schöne kurze Auflockerung für die Podcast-Playlist. Finde ich ganz cool. Ich hatte Besuch gehabt, oder wir beide, meine Frau und ich, hatten Besuch, denn mein Bruder und seine Familie waren da. Er, seine Frau und die beiden Kinder. Und die haben hier drei Tage verbracht, bevor sie in ihren eigentlichen Urlaub gefahren sind. Die wollten nach Langeoog und haben gesagt, also wenn wir schon mal in der Gegend sind, dann kommen wir vorbei. Und der Ortskundige wird jetzt möglicherweise die Stirn runzeln. Husum, Langeoog. Ist das nicht vier Stunden voneinander entfernt? Ist es? Ja, genau. Und sie haben aber gesagt, von uns aus betrachtet ist das noch in der Nähe. Ist natürlich Quatsch. Also man fährt sechs Stunden von, entweder von seinem Haus bis nach Bensersiel zur Fähre. Oder man fährt sechs Stunden zu uns nach Husum und dazwischen liegen vier Stunden Autofahrt. Aber ich habe mich super gefreut, dass sie, dass sie da waren. Das waren ein paar schöne Tage mit denen. Wir haben ein bisschen was unternommen, beziehungsweise die haben was unternommen. Ich habe gearbeitet, erzähle ich auch gleich, was ich da gemacht habe an dem Tag. Die waren nämlich schön im Multimar im Wattforum, weil das halt auch einfach, das ist einfach, kann man als Erwachsener schon schön hingehen. Und für die Kinder ist es dann halt auch total schick. Das ist so ein Museum, kann man es fast nennen, über den Lebensraum Wattenmeer, wer da alles wohnt. Was da so kreucht, fleucht und rumschwimmt. Und das haben sie sich angeguckt, während ich gearbeitet habe. Da komme ich nachher zu, das ist ein eigenes Thema. Und abends haben wir dann schön den Grill angemacht. Ich hatte eingekauft bei unserem Stadtschlachter hier, auf dem ich sehr große Stücke halte. Und habe auf Raten meines Bruders ein ziemlich großes Stück Rindfleisch gekrocht. Ich habe einen Stadtschlacht, auf dem ich sehr große Stadtschlacht habe. Im Supermarkt, die werben ja auch immer damit, dass irgendwie fünf Handwerksmeister haben, die da alles per Wand wohnen und so weiter. Oh wohl! Mein Bruder hatte vor kurzem so einen Grillkurs gemacht, so einen Grillworkshop, weil er halt auch irgendwie so einen Webergrill hat und so weiter. Und hatte das da irgendwie gesehen, dass er halt sagte, der Typ hat dann irgendwie für 18 Teilnehmer 9 von diesen Dingern raufgehauen, hat die in der Mitte einen Fleischthermometer rein, 54 Grad, perfekt. Und das wollte er nun hier nochmal machen. Blöd war jetzt nur, ich habe keine Ahnung, wo mein Fleischthermometer ist. Ich weiß, ich habe eins, ich habe es neulich auch in der Hand gehabt, aber keine Ahnung wo und in welchem Zusammenhang. Ich weiß noch, dass ich damals gesagt habe, hey, hier ist ja mein Fleischthermometer und dann war es irgendwie weg, keine Ahnung. Ja, also wir haben dann wie so ein Steinzeitmensch uns auf unsere Erfahrungen verlassen und was soll ich sagen, es hat auch so geklappt. Wir haben das Fleisch irgendwann angeschnitten, da war es dann fast gut und haben es nochmal zwei Minuten drauf gelassen und dann war es perfekt. Und es hat sensationell geschmeckt. Das ist ja so ein Fleisch, weißt du, da muss ja weiter nichts mehr dran. Pfeffer, Salz, bist du glücklich. Und meine Eltern haben mir zu Weihnachten ein fantastisches Salz geschenkt, ein Fleur de Selle, das auch noch mit Rosmarin oder Thymian aromatisiert ist. Aber keine Ahnung, das riecht total großartig, wenn man das Glas aufmacht und dann braucht man auch nicht so wahnsinnig viel, so eine Prise, so einen Hauch drüber. Oh, mh, könnte ich mich reinlegen. Und da wäre ich auch länger haltbar. Ja, zurück zum Thema Arbeiten oder überhaupt mal weiter zu dem Thema. Ich war wieder mit dem Ü-Wagen unterwegs diese Woche. Das war vergleichsweise unspektakulär, was ich da, also bis auf die eine Sache am Mittwoch, als die anderen nämlich in Tönning waren im Multimar Watt Forum, da habe ich Stand-Up-Paddling ausprobiert. Und zwar in Grömitz an der Ostsee, wo der Betreiber der Surfschule schon sagte, naja, klar, kannst du kommen, aber wir erwarten vier bis fünf Windstärken. Das sind jetzt nicht so richtig ideale Bedingungen und für unsere Gäste bieten wir es dann gar nicht mehr an. Aber wenn du das ganze Schar in Gefahr nennst, dann komm doch. Joach, gut, habe ich gesagt, dann machen wir das mal so. Und es war echt kabelig auf dem Wasser. Und dafür, dass ich es noch nie gemacht habe, war mir das auch einfach zu doll. Zum Glück ist die Surfschule direkt neben einem Hafenbecken, neben einem Yachthafen. Und da habe ich gesagt, weißt du was, dann gehen wir da rein. Das ist eine spitze Idee. Zum Anfang ist das genau das Richtige. Und was soll ich euch sagen? Es hat tatsächlich einigermaßen gut funktioniert. Das ist ziemlich wackelig, auf dieses Brett draufzukommen. Man kniet sich da erstmal hin und muss dann gucken, dass man ganz langsam aufsteht. Und dann im Wesentlichen nur noch das Gleichgewicht halten. Und je mehr man sich in eine Richtung lehnt, desto doller geht das Ding in die andere Richtung. Und das ist das eine, was man wissen muss. Und wenn man anfängt zu wackeln, dann muss man einfach ein bisschen in die Knie gehen. Und dann kommt man eigentlich da ganz gut wieder raus. Also so steifbeinig draufstehen ist eine schlechte Idee. Deswegen sehen Stand-Up-Paddler auch so albern aus. Und ich bin sogar einigermaßen vorwärts gekommen. Ich bin jetzt nicht der Schnellste gewesen, aber für das erste Mal. Ich war sehr, sehr froh, dass ich tatsächlich nicht reingefallen bin. Zumindest so lange, wie unser Mikrofon an war. Denn es kam natürlich, was kaum musste. Wir hatten gerade die Schalte beendet. Wir haben das sicherheitshalber aufgenommen. Das war einfach, weil es ist einfach, wir haben zwei Minuten Zeit. Und wir hatten diesmal nur den kleinen Reporterwagen mit dabei, wo also kein, wo nur ein Techniker mit dabei ist, weil, keine Ahnung, aus Gründen irgendwie, ach genau, weil der Ministerpräsident hat sich wählen lassen im Landtag. Und da brauchte man also in der Landespolitik beide Ü-Wagen, um sowohl das eigene Programm als auch die ARD versorgen zu können. Und deswegen stand für uns eigentlich kein Ü-Wagen mehr zur Verfügung. Aber wir haben ja den kleinen Reporterwagen, wo wir eigentlich als Reporter selbstständig mit unterwegs sein sollen. Und da hat sich eben ein Tontechniker mit dazu gesetzt. Und dann haben wir also mit einer Tonangel mich da verfolgt. Und das ging ganz gut. Aber deswegen war es halt nahezu unmöglich zu sagen, jetzt, Entschuldigung, ich bin gerade ans Mikrofon gekommen. Es war nahezu unmöglich zu sagen, wir machen das live. Weil du dafür eben jemanden brauchst im Ü-Wagen, der so ein bisschen die Uhr im Blick hält und vor allem der ein Kommando gibt auf dem Kopfhörer. Und das ging nun aus mehreren Gründen nicht. Zum einen ist da halt einfach der Wagen nicht dafür ausgelegt. Das ist das Wichtigste. Und zum anderen brauchte ich ja meinen Techniker draußen, der die Tonangel hält. Denn falls ich reinfalle, möchte ich eben nicht ein teures Stück Technik mit in der Hand haben. Selbst wenn das Wasser nur ungefähr brusthoch ist, du musst halt erstmal im Zweifelsfall dann dazu kommen, dass du sozusagen das Paddel fallen lässt, das Gerät greifst und so hoch hältst, dass es nicht nass wird, während du von dem Brett fällst. Und das funktioniert erfahrungsgemäß nicht. Deswegen haben wir es anders gelöst. Ich hatte auch keine Kopfhörer auf, hätte also auch nichts gehört. Dann haben wir gesagt, gut, dann nehmen wir es jetzt halt auf und produzieren das vor und haben es eben dann natürlich auch nicht als live verkauft. Das gehört sich eben nicht. Wie gesagt, Schar in Gefahr. Ja, also ich bin dann eben tatsächlich von A nach B gekommen und als wir gerade fertig waren, der Kollege hat die Tonangel zur Seite gelegt und ist zum Ü-Wagen, zum Reporterwagen gejoggt, um die Aufnahme zu stoppen und schon mal den Schnitt vorzubereiten. Und ich paddelte also zurück Richtung Steg und eben sagte ich noch, Gewichtsverlagerung ist ein Thema, habe dann, als ich relativ nah ran war, mich rübergebeugt, um mich an so einem Balken festzuhalten. Und in dem Moment ging natürlich, ich beugte mich rüber, mein Gewicht verlagerte sich und in die andere Richtung driftete das Board weg. Ja, und dann lag ich drin, beziehungsweise stand ich drin. Das war natürlich jetzt enorm peinlich, zumal es vorher so ein bisschen naturtalentmäßig aus war, aber manchmal ist das Teufel ja ein Eichhörnchen. Und das Gute daran war, dass ich natürlich, und da gibt es Fotos von, ich stelle euch die ins Blog, es war ja ein kalter Tag und so, natürlich hatte ich einen Neoprenanzug an. Himmel, sah ich scheiße aus, fühlte ich mich scheiße. Also das ist ja Neopren, also erstmal da reinzukommen, war schon ein mordsmäßiger Akt, weil das einfach, der hat halt den Reißverschluss am Rücken und der Reißverschluss ist irgendwie, weiß ich nicht, 40, 50 Zentimeter lang. Das heißt, man hat da echt zu kämpfen, bis man in diesem scheiß Anzug drin ist. Aber es ging irgendwie und ich war im Endeffekt dann auch froh, weil das Wasser doch ziemlich kalt war und ja, der Neoprenanzug dagegen zumindest ein bisschen geschützt hat. Aber andererseits schien auch gleichzeitig die Sonne und obwohl es jetzt, also so in normalen Klamotten war es sehr angenehm, leichter Wind, Sonnenschein, weiß nicht, 17, 18 Grad oder was wir gehabt haben. Das war völlig in Ordnung und im Neopren ist es halt bisher deine eigene Sauna. Das war, naja. Es blieb aber dann auch wässrig und zwar haben wir, meine Frau und ich, dann am Freitag, nee Donnerstag, waren wir in Friedrichstadt und haben eine Kanutour gemacht. Das war so eine Idee von meiner Frau, wir hatten da drüber, als wir drüber sprachen, was wir wohl mit meinem Bruder und seiner Familie anstellen könnten, kam eben auch die Idee, wir fahren nach Friedrichstadt. Das ist eine Stadt, die mal von Holländern gebaut wurde und dementsprechend ganz viele Krachten hat, Kanäle, die durch die Stadt führen, dass wir da hinfahren und eine Bootstour machen könnten. So, dann hätten wir also, was weiß ich, wir beide im Kanu, die beiden mit den Kindern im Tretboot oder irgendwas und haben das aber aus irgendeinem Grund verworfen. Ach ja, genau, weil ich eben arbeiten musste und wir gesagt haben, dann wird es zu spät. Okay, sind wir dann zusammen am Freitag, am Donnerstag hingefahren, als die schon weg waren und haben eine kleine Kanutour gemacht. Das ging auch relativ gut. Am Anfang hatten wir ein bisschen Probleme mit der Navigation. Das ist ja einfach, wenn man dann noch nicht so richtig sich eingespielt hat, dann fährt man halt zickzack. Das ging aber, wir waren so spät, dass die Ausflugsschiffe, die auch immer in den Grachten unterwegs sind, schon weg waren. Und dann war es eigentlich gar kein Problem und da sind wir schön, ja, so ein bisschen mehr als eine Stunde durch Friedrichstadt gepaddelt. Man kriegt dann, also der Typ vom Kanuverleih, der ist ausgesprochen lässig, ganz entspannter Typ. Erstmal reinsteigen und losfahren und danach bezahlen. Kriegst du noch irgendwie so eine kleine Karte mit, an der wir uns leidlich gut orientieren konnten. Das hat eigentlich ganz okay funktioniert. Und wir hätten noch irgendwie, Friedrichstadt liegt direkt an der Träne. Das ist ein Fluss in Schleswig-Holstein und da hätten wir noch so ein bisschen rauspaddeln können. Das steht aber auf der Karte schon drauf, nur bei leichtem Wind. Und als wir so drauf zufuhren, konnte man schon sehen, dass sich das Wasser auf der Träne, was ja so ein bisschen mehr dem Wind ausgeliefert ist, weil es halt eine größere freie Fläche ist, das kräuselte sich schon doch deutlich mehr und wir sind dann rausgefahren und haben gesagt, okay, wir paddeln jetzt beide auf der Steuerbordseite, auf der rechten Seite, damit wir dann so langsam nach Backbord driften, nach links so eine kleine Kurve machen. Das hatte in der Stadt eigentlich ganz gut funktioniert. Auf der Träne, als wir da rausgefahren sind, nicht. Wir wollten eigentlich eine Kurve fahren und dann so einen Bogen wieder zurück in die Kracht. Und das hat insofern nicht funktioniert, als wir da keine Kurve gefahren sind, sondern der Wind hat uns auf eine Gerade gezwungen. Und da haben wir gesagt, ja komm, dann für das erste Mal, bevor wir uns hier irgendwie, keine Ahnung, bevor wir ganz wohin gepustet werden, dann drehen wir lieber direkt um und fahren Standepede wieder zurück. Und haben dann noch so einen kleinen Schlenker durch die Stadt gemacht, kamen noch an der Kneipe vorbei, da saßen zwei Typen am Steg und haben eine Pause gemacht. Das sind Musiker, Havariegefahr nennen die sich. Natürlich irgendwie in gelber Warthose mit Fischerhemden und irgendeiner komischen Mütze. Und der eine fing direkt an, rumzukobern, wir sollten doch anlegen und es gäbe heute Musik und Tanz und Frohsinn. Und für alle, die auf dem Seeweg kämen, gäbe es auch noch was zu essen für kostenlos. Und wir haben dann gesagt, na gut, das lohnt sich nicht so richtig, denn entweder kriegen wir hier was zu essen kostenlos und wenn wir das bekommen, dann müssen wir fürs Kanu mehr bezahlen oder wir bezahlen halt fürs Essen und geben erst das Kanu zurück. Dann bleibt sich wahrscheinlich ungefähr gleich. Also sind wir erst zu dem Verleih-Heini zurückgefahren und sind dann nochmal zu der Spelunke darüber gegangen. Das sah an und für sich ganz gemütlich aus und die Jungs hatten auch immer noch Pause, als wir ankamen. Aber irgendwie sind wir, also wir sind dann doch wieder gegangen, weil es ist halt immer so ein Ding, du kommst halt irgendwo hin und wir wollten uns dann draußen dazusetzen. Wussten wir aber nicht, ist der Tisch frei, da stand noch Gläser. Und dann standen wir so drei, vier Minuten, bis sich mal jemand von einem anderen Tisch, der da saß und sich sehr angeregt unterhielt, der drehte sich um und sagt, kann ich euch helfen? Sag ja, wir würden gerne hier sitzen und was bestellen. Ja, ja, dann setzt euch mal dahin, bestellen könnt ihr am Fenster. Und als ich dann ans Fenster ging, um zu bestellen, sagte die Dame, könnt ihr bitte bei meinem Kollegen draußen bestellen? Ich habe hier drin so viel zu tun. Ich wieder zurück und er unterhielt sich aber gerade so angeregt und über etwas sehr Privates, das konnte ich hören, dass ich da einfach nicht stören wollte. Und dann haben wir gesagt, na gut, das fängt ja sowieso gleich an zu regnen, lass mal gucken, dass wir drin noch einen Platz kriegen. Da war aber schon alles voll und die Bedienung rannte auch irgendwie dreimal an uns vorbei, ohne uns groß zu beachten. Dann haben wir gesagt, weißt du was, möglicherweise wollen die auch einfach nicht, dass wir hier bestellen. Und dann sind wir wieder gegangen und sind zum Marktplatz, ins Marktcafé oder wie das hieß, altes Rathaus, altes Landratsamt. Ach, ich muss noch mal gucken. Ich finde das noch mal und verlinke euch das in den Shownotes. Und da haben wir dann gegessen. Für mich gab es Lapskaos, für meine Frau etwas Vegetarisches im Blätterteig. Das war, ach, das war auch, das war okay. Also mir hat es geschmeckt, ihr auch. Die Inneneinrichtung des Ladens, die war halt irgendwie merkwürdig, die passt nicht so richtig zusammen. Also so 60er-Jahre-Charme, Stühle, aber und auch sonst alles ein bisschen altback. Und aber die Wandgestaltung, die Tapete, dann doch wieder sehr stylisch, fast künstlerisch. Und darauf hingen dann ganz viele cheesy Ölgemälde von diversen Künstlern, die dann da auch verkauft werden sollten. Das passte alles nicht so hundertprozentig zusammen. Tischdecker hatte ein Loch und, ach, ich weiß es nicht. Aber das Essen war gut und preiswert. Und das ist ja eigentlich im Wesentlichen das. Und dann waren wir gestern los zur Kulturnacht. In Husum ist seit 14 Jahren jedes Jahr eine Nacht, wo ganz viel Kultur stattfindet, wo Musik gespielt wird, wo es Lesungen gibt, Ausstellungen in Galerien, wo Theater gespielt wird und, und, und. Und das haben wir uns gegeben, sind so gegen halb acht schlussendlich losgekommen, waren dann um acht wirklich auch mit Bargeld versorgt und allem alles erledigt in der Stadt. Und was haben wir denn alles gesehen? Also wir haben eine Big Band gesehen im Husumer Speicher, deren Namen ich vergessen habe. Die haben wirklich Spaß gemacht, so ein Bläserensemble. Das war ziemlich cool. Dann sind wir weiter zu einem Gospelchor. Von da aus zu einem Jazz-Trio. Die waren supergeil, supergeil. Das muss ich euch einspielen. Die haben so ganz leise, also es war erst mal, die Location war schon großartig, so ein, so ein, der alte Bahnhof von Husum, den hat sich jemand gekauft und hat dann eine Werkstatt für Schmiedekunst reingebaut. Das heißt, wir saßen also in der Werkstatt überall diese, diese archaischen Geräte, mit denen man halt Schmiedesachen macht. Und zum Teil noch irgendwelche halbfertigen Objekte und Rohmaterial. Überall lag irgendwas. Das war total cool. Und da drin saßen eben diese drei Musiker, Gitarrist, dann noch einer, der Gitarre und Banjo gespielt hat und ein Bläser. Der meiste Zeit hatte der Tuba am Start. Und als wir reinkamen, haben wir noch so gedacht, hä, spielen die schon oder stimmen die noch die Instrumente? So, das klang irgendwie merkwürdig. Es war poppenvoll. Und wir haben uns dann irgendwie so durchgewurschelt. Meine Frau und die Freunde, mit der wir unterwegs waren, die haben dann noch irgendwie einen Platz gefunden. Ein Stuhl war frei. Meine Frau saß auf dem Boden. Ich habe gesagt, komm, ich bleibe hier hinten stehen. Reicht schon. Und das war der Moment, wo ich auch twittern musste. Die Typen saßen da und haben wirklich leisen, zärtlichen Jazz gespielt. Das war wirklich so etwas, wo man andächtig lauschen möchte. Wo man so ein bisschen mitwippt und so die Augen vielleicht irgendwann so zugehen. und so. Man ist einfach so in der Musik. Ich nicht, weil hinter mir nämlich zwei Frauen standen, die sich in einer normalen Gesprächslautstärke unterhalten haben. Wie in einer Kneipe. Natürlich, es war so ein bisschen eine lockere Atmosphäre. Es waren Kommen und Gehen. Das ist auch so angelegt, dass man eben, dass es eben nicht ganz ruhig ist. Einfach deswegen, weil Leute halt irgendwo hingehen, 20 Minuten, halbe Stunde, Stunde bleiben und dann sich was anderes angucken. Insofern ist da eine gewisse Unruhe drin. Aber ich finde, wenn irgendwo jemand Musik macht und sein Können zeigt und sein Herzblut in etwas reinsteckt und da steckte wirklich Herzblut drin, dann ist es einfach maximal respektlos, sich da in diesen Raum zu stellen und sich zu unterhalten. Fand ich scheiße. Dass Leute in ein Konzert gehen, um mal so ein richtig schönes, angeregtes Gespräch zu führen. Da kann man doch wohl vor die Tür gehen. Aber mein Gott, es ist alles, es sind überall nur Idioten. Im Endeffekt habe ich dann noch irgendwann einen Platz ergattern können und da war ich die Damen auch los. Das war ganz schön. Und als ich gerade saß, spielten die doch nicht tatsächlich die Melodie von Beverly Hills Cop. Also den Song Axel F, der in den 80ern ja auf Synthesizer eingespielt wurde, den haben sie umarrangiert für Gitarre, Banjo und Tuba. Und ich war leider nicht schnell genug, von Anfang an die Aufnahme mitlaufen zu lassen. Aber ich spiele euch mal einen Ausschnitt ein. und ich spiele euch mal einen Ausschnitt ein. und ich spiele euch mal einen Ausschnitt ein. Großartig. Ihr habt wahnsinnig gefeiert. Das war sehr, sehr geil. Und da hätte ich auch noch ganz lange zuhören können. Aber wir sind dann weitergegangen, wieder zurück zum Hafen, weil da Jugendliche oder junge Leute von der Schutzstation Wattenmeer Gedichte und Sagen von der Nordsee vorgelesen haben. Das war auch sehr, sehr schick. Und danach sind wir in die Marienkirche gegangen, direkt am Marktplatz. Da war erst irgendwie so ein Theater. Das war auch so das Klischee von Ausdruckstheater, von modernem Theater. Weißt du, wenn sie bei Switch Arte nachmachen und Menschen in schwarzen Ganzkörperanzügen irgendwelche wilden Bewegungen machen und dann sagt irgendjemand, ich bin die Stärke. Ich sage nein. Und dann sagen also nein, die Stärke und raunen da irgendwelche Sachen und bewegen sich im Raum frei, wedeln mit den Armen, machen da so eine Karriere. Halbe Stunde, 20 Minuten, ich weiß nicht, wie lange das ging, aber ich konnte da nichts mit anfangen, so gar nichts. Wir waren aber auch nicht wegen des Theaters da, sondern weil meine Frau die Schlussandacht halten sollte. Und sie hat gesagt, sie will dann da sein und will ankommen, will nochmal gucken, ob sie ihre Texte auch wirklich dabei hat und so sich in Ruhe umziehen, dass sie dann eben auch nicht in ganz Freizeitkluft da erscheint, sondern sie will dann auch im Moment Zeit haben. Denn zwischen dem Ende des Theaters und dem Beginn der Andacht lagen irgendwie zehn Minuten. Und sie konnte da auch nicht groß überziehen. Weil nämlich um halb zwölf abends dann ein Bläserchor vom Turm der Kirche spielen sollte. Das ist immer so das Highlight, der Ausklang des Ganzen. Also das Theaterstück kann man machen, ist halt Kultur, aber es sagt mir überhaupt nichts. Ich konnte nicht sagen, da ist irgendwie eine Botschaft drin, das packt mich, das regt mich zum Nachdenken an. Das Einzige, was mir einfiel, also es war halt irgendwie sechs Frauen. Eine stand hinten im Gang und die anderen standen im Altarraum. Jede war auf einem Podest oder jeder hatte einen Podest und jede war eine Tugend. Stärke, Leidenschaft, Liebe, Geduld, was weiß ich was, keine Ahnung. Und jeder hat da so ihr Sprüchlein aufgesagt, dann haben sie wieder irgendwie rumgemurmelt und getanzt und was auch immer. Und dann zum Schluss kommt die von hinten nach vorne und sagt, und was ist mit mir? Warum habe ich kein Podest? Ich bin die Mäßigung, wo ich dann gedacht habe, da war ich dann komplett raus, weil ich gesagt habe, okay, wenn du die Mäßigung wärst, dann würdest du dich nicht vorne in den Mittelpunkt stellen und sagen, ich will auch ein Podest haben, sondern du würdest sagen, okay, bitte, jetzt habt ihr hier euren Kram, viel Spaß. Nein, das war nicht die Mäßigung, das war die beleidigte Leberwurst oder die, keine Ahnung. Das war auch noch in sich nicht konkurrent. Das hat einfach in sich nicht funktioniert, dieses ganze Ding. Naja, gut. Wir haben dann, dann war eben Andacht, ich habe noch mitgeholfen, Liederbücher auszuteilen, weil natürlich die Leute keine Liederbücher mit reingenommen haben, die zum Theater wollten und die dann für die Andacht sitzen geblieben sind. Die brauchten natürlich irgendwas, um mitsingen zu können und dieses Ganze haben wir dann gemacht. Andacht mit allem, was so dazugehört und dann haben wir den Kram wieder eingesammelt und waren um fünf nach halb draußen vor der Tür, als die Posaunenleute gerade die Gedanken sind, freigespielt haben. Es war eine schöne Atmosphäre auf dem Marktplatz und haben wir so noch 20 Minuten oder was zugehört und sind dann los zum Kino. Das war unsere letzte Station. Das Susumer Kino hat in Schleife Kurzfilme gezeigt von Filmhochschulen. Leute, die irgendwo gerade Film lernen, die haben dann Kurzfilme gedreht und die wurden zum Teil auch prämiert und da haben wir ein paar sehr schöne Filme gesehen. Der eine war wirklich witzig, Heavy Pregnant. Ich gucke mal, ob der irgendwo zu kriegen ist. Es geht im Wesentlichen um einen Typen, der so sein kleines Glück gefunden hat und er schwebt in so einer komischen, das ist irgendwie ganz merkwürdig. Er ist nackt und das Licht ist komisch und er bewegt sich irgendwie ganz merkwürdig und denkst du im ersten Moment, was ist hier los? Dann stellt sich raus, der Typ ist mit 27 Jahren immer noch im Bauch seiner Mutter, weil es ihm gerade nicht passt, rauszukommen, weil er sich nicht lösen kann und weil sie ihn auch nicht zu sehr verwöhnen will. Weil sie auch, genau, sie sagt, sie kann ihn ja nicht zwingen. Und da stehen halt dann zwei Ärzte drumherum und sagen, das ist doch merkwürdig, jetzt rufe ich ihn mal an. Haben Sie die Nummer gerade mal da? Und dann haben Sie wirklich dann über Handy mit ihm telefoniert und dann sagt er, nee, passt gerade nicht. Das ist gerade ungünstig, ich habe zu tun. Er könne nicht rauskommen und meldet sich dann aber zwei Tage später beim Arzt, während der gerade auf dem Tennisplatz ist und sagt, ach Mensch, ja, dann klappt es jetzt doch. Ja, dann müssen wir nur noch einen Termin ausmachen und kommt dann tatsächlich, raus. Natürlich nicht ganz ohne Probleme. Dann ruft der Arzt ihn nochmal an und sagt, Sie haben eine Steißlage, Sie müssen sich noch ein bisschen drehen. Und es ist wirklich witzig. Heavy Pregnant heißt der Film, ist glaube ich von 2003. Wie gesagt, wenn ich den irgendwo finde, verlinke ich den. Ansonsten müsst ihr selber mal suchen oder einfach im Programmkino eures Vertrauens mal fragen, ob die den nicht vor dem nächsten, vor der nächsten Sneak Preview mal einspielen können. Den gibt es bestimmt irgendwo für Kinomenschen. Und das war im Wesentlichen meine Woche. Viel mehr habe ich akut nicht zu erzählen. Außer, dass unser Trip zu Obelink nicht klappen wird aus Zeitgründen. Wir kriegen das doch nicht hin. Wir wollten ja eigentlich zu diesem holländischen Camping-Großmarkt fahren, um uns dort diverse Vorzelte anzugucken, weil wir ja unser altes Vorzelt weggeschmissen haben, weil wir das doof fanden, weil das uns doof fand. Wir kamen nicht zusammen und haben gesagt, wir brauchen eins, das man leichter aufbauen kann und das eben nicht so groß und sperrig und schwer ist. Und das wollten wir nicht einfach so bestellen, sondern wollten halt sagen, hier kommen wir, fahren mal hin und gucken uns das mal im aufgebauten Zustand an und lassen uns mal ein bisschen dazu beraten, im Idealfall. Das sollte eigentlich jetzt nächstes Wochenende losgehen in Wintersweig in Holland und das klappt nun leider doch nicht. Aber aufgeschoben ist ja nicht aufgehoben. Das kriegen wir schon noch zurecht. Das soll es jetzt dann aber wirklich gewesen sein. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche euch eine fantastische Woche und wir hören uns dann am Sonntag wieder. Ich mache jetzt erst bei Siesta. Tschüssi. 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 Tschüssi.